Viktor Orban äußerte die ernste Sorge, dass ganz Europa Schritt für Schritt in einen Krieg schlittert, da EU-Länderpanzer in die Ukraine schicken und jetzt sogar die Lieferung von Kampfjets in Erwägung ziehen. Dazu sagte er im ungarischen Parlament am Montag, wenn die Dinge so weitergehen, wird es bald Länder geben, die vielleicht Truppen in die Ukraine schicken wollen. Er betonte, dass seine Regierung darauf bestehe, den Ukraine-Konflikt mit friedlichen Mitteln beizulegen und forderte die Parlamentsparteien auf, sich für diese Position einzusetzen. Der Westen, so Orban, wolle Ungarn in diesen Krieg hineinziehen. Er betonte auch einmal mehr, dass er weiterhin gegen die antirussischen Sanktionen der Europäischen Union sei, insbesondere im Energiesektor. Viktor Orban erinnerte daran, dass die Beschränkungen der Treibstofflieferungen zu einem dramatischen Preisanstieg geführt hätten und Ungarns Ausgaben für Energiequellen im Vorjahr um 10 Milliarden Euro gestiegen seien. Brüssel hat dieses Geld in Ungarn mit Hilfe von Sanktionen aus der Tasche gezogen, sagte Orban. Auch in Ungarn war in den vergangenen Wochen das Thema Kinderpornografie im Schlaglicht der Öffentlichkeit. Es wurde unter anderem bekannt, dass ein homosexueller Lehrer ein sexuelles Verhältnis mit einem 15-jährigen Schüler hatte. Der Lehrer hatte dies per TikTok obendrein auch noch an die große Glocke gehängt. Vor zwei Jahren wiederum hatte der Fall des ungarischen Botschafters in Peru, Gabor Kaleta, großes Aussehen erregt, auf dessen Laptop 19.000 Bilder mit pädophilen Inhalt gefunden worden waren. Daraufhin hatte die Regierung ein Gesetzespaket verabschiedet, das den Schutz von Kindern gesetzlich verschärfte. Viktor Orban machte am Montag im Parlament darauf aufmerksam, dass die Zahl der Kinderpornografievergehen in Ungarn in den vergangenen Jahren rasant gestiegen sei. Dabei betonte er, dass seine Regierung in puncto Pädophilie eine Null-Toleranz-Politik verfolge. Laut Orban ist die besorgniserregende Tendenz zu Kinderpornografie und Pädophilie eine Folge der Gender-Propaganda der LMBTQ-Bewegung. Und weiter sagte er, selbst wenn die ganze Welt verrückt wird, selbst wenn Brüssel das Unentschuldbare entschuldigt, sollte Ungarn normal bleiben.